Dachshin Leute, wisst ihr eigentlich, was das Witzige hierbei ist? Naja, ich bin kein Höllenkrieger Höllenkrieger, ich dachte für immer Höllenkrieger, wurde nur noch schlimmer Höllenkrieger, ich dachte für immer Höllenkrieger, wurde nur noch schlimmer Hey Leute, was geht ab? Ich bin wieder da Diese Höllenkrieger, scheiße Ich hab nur geleidet Ich war einmal der Höllenlord, Herrscher der Krieger Doch das ist alles Fake, sie sind alles Verlierer Wir sind von der Macht, sind sie alle nur schwach Und das Böse lohnt in ihnen, bis es bald wieder kraft Die Zwischung ist zu kurz, so wie Steinchen's Furz Ich bin so froh, davon weg zu sein, wie Smoothies Riesenschwein Ich wüte mich allein mit all der Macht von Exodia Ja, und das wegen Shuttle Er hatte mich verbannt und dann war ich frei Das ist alles wegen Shuttle Er hatte mich verbannt und dann war ich frei Höllenkrieger, ich dachte für immer Höllenkrieger, wurde nur noch schlimmer Kein Kräger, ich dachte für immer Kein Kräger, wurde nur noch schlimmer Es sind die Höllenkrieger, ich dachte es ist für immer Doch die Höllenkrieger wurden einfach nur noch schlimmer Ich war ein Höllenlord, der Herrscher vom Nether Der Höllenlord dachte ich mach die Insel besser Es war alles Fake Nichts davon echt Sie haben uns gehasst Doch wir sind endlich frei das ist ein Höllenkrieger, ich mache es zum Beispiel Ich bin nehm 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 Untertitelung des ZDF, 2020